Unterwegs möchte ich ganz gerne mit dem G-Pad auch Musik genießen, Fotos schauen, Videos angucken und in dem Video jetzt möchte ich Ihnen zeigen, welche Multimedia-Fähigkeiten in Ihrem G-Pad von LG stecken. Ich bin jetzt hier gerade auf dem Startbildschirm, da fällt mir auf, ich habe hier zum Beispiel den Play Store, wenn ich den aktiviere, kann ich nicht nur Apps herunterladen, sondern hier werden mir auch Musikstücke, Bücher und Filme angeboten. Das heißt, ich kann online über das Internet darauf zugreifen, die Filme werden auch zum Teil auf dem Tablet gespeichert, aber ich kann sie natürlich nicht weiterverwenden, die sind kopiergeschützt. Außer dem Play Store, gucken wir mal weiter, gibt es dann hier zum Beispiel noch Google-Einordner, da habe ich Play Music, das ist eine Google-App und die bietet mir zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, ich hätte ganz gerne dieses All-Inclusive, Millionen von Titeln zur Auswahl, das heißt, ich kann mir jederzeit über das Internet Musik anhören. Das Ganze kostet 9,99 Euro für 30 Tage, ich kann es jetzt einmal kostenlos testen für 30 Tage, aber das muss jetzt nicht sein, ich verwende den Sachspäter und bleibe beim Standard, denn ich kann über Play Music auch auf meine eigene Musik zugreifen, sehe jetzt hier Adele habe ich drauf, Kylie Minow, Michael Bublé, kann dann einfach draufklicken auf den Interpreten zum Beispiel, sehe dann halt die Musikstücke oder Alben, die hinterlegt sind, sieht man hier oben auch nochmal, ups, einmal zurück, Interpreten, Alben oder Titel, bei Titel habe ich dann wirklich eine schöne Übersicht, auch mit den Covern dementsprechend, also das ist jetzt meine App für Musik zum Beispiel, über Google, schauen wir mal weiter, was Google noch bietet, auch was für Filme natürlich, für E-Bücher, dann für Spiele, YouTube ist auch mit dabei, ist ja auch immer sehr beliebt, da gibt es auch eine eigene App für YouTube, kurz anmelden, da sind jetzt hier so ein paar Highlights schon mal, empfohlene Videos, dann kann ich schauen, welche Abos ich habe, was ich hochgeladen habe, oder aber ich suche auch mal nach Sachen, da finden Sie, ach, ich gucke mal nach mir, Alexander Bahl, so, einmal suchen, und siehe da, da haben wir hier auch verschiedene Erklärvideos, tauchen da mal von mir auf, also da einfach mal bei YouTube sich auch gerne mal unterhalten lassen, natürlich gibt es auch noch weitere App, eine App hatten wir schon gesehen beim Computer-Datenaustausch, da ging es nämlich um die App, die finde ich jetzt hier an der Seite, und zwar die Galerie-App, eine App, mit der ich mir Videos und Fotos anschauen kann, ich klicke einmal drauf, sehe jetzt hier die verschiedenen Ordner, da gibt es Bilder noch aus Venedig zum Beispiel, als ich da unterwegs war, die werden jetzt von der Speicherkarte, die ich drin habe, geladen, ich kann ja Fotos, Musik und Videos entweder auf dem internen Speicher sichern, oder aber auch auf einer Micro-SD-Karte, und kann mir die dann hier wunderbar anschauen, kann ich einmal durchgehen, kann sagen, ach, der Biene, schaue ich jetzt mal ganz nah drauf, dann kann ich das vergrößern, und hat wirklich eine tolle Darstellung, tolle Farben, und Doppelklick, wieder klein, dann gehen wir mal zurück, aus dem Ordner raus, dann sehe ich hier zum Beispiel auch, ach, hier sind noch Kindervideos, die habe ich draufgeladen für meine Tochter, wenn wir unterwegs sind, gerade bei einer längeren Autofahrt, dann kann sie hier zum Beispiel mal Jonalu schauen, dann nehme ich jetzt Video, den Wiedergabeordner, und dann geht's los. Formatfüllend versucht der Player natürlich dann das Video auch darzustellen. Klasse, also die hat dann ihren Spaß, ich fahre dann ganz in Ruhe, eine tolle Darstellung, tolle Farben, das für die Videos, jetzt einmal zurück, aus dem Ordner wieder raus, jetzt haben Sie gesehen, wir haben Musik gehört, wir haben uns Fotos angeschaut, Videos natürlich auch, jetzt gucken wir mal weiter, was noch vorinstalliert ist, im Play Store finde ich natürlich jede Menge an Apps, für Musik, für Videos, ich wollte mal schauen, was es hier noch generell gibt, gucken wir mal in die Galerie hinein, bei Google haben wir schon geschaut, dann die Galerie haben wir auch schon gesehen, die Kamera ist noch mit dabei, das heißt die Kamera-App, einfach mal starten, dann benutze ich ja die Kamera hier auf der Rückseite, ja, Standort darf auch gespeichert werden, ist alles in Ordnung, so, einmal kurz bestätigen, danke sehr, und nochmal zurück zur Kamera, Standort einschalten, genau das war es, einmal zustimmen, wenn ich dieser Standortbestimmung zusage, dann werden bei den Fotos auch gleich die Daten hinterlegt, wo ich dieses Bild aufgenommen habe, finde ich ganz spannend, dann kann man nämlich nachher nochmal auf der Karte sehen, wo habe ich das denn überhaupt aufgenommen, jetzt muss ich mal mit meiner Hand Vorlieb nehmen, das ist jetzt die rückwärtige Kamera, ne, damit kann ich jetzt tolle Fotos machen, kann jetzt hier noch ein paar Einstellungen machen, und, ja, Klick, soweit ist es, Foto, Musik, Videos, aber, es geht natürlich auch um Radio, mal gucken, ob da schon eine App dafür installiert ist, ich sehe jetzt hier nochmal eine LG Musik App, gucken wir mal kurz rein, ne, das ist auch nochmal die Bibliothek, mit den Alben zum Beispiel, dann haben wir, ja, Quick Remote war ja die Fernbedienung für meine Geräte, also, würde ich vorschlagen, schauen wir nochmal schnell in den Play Store rein, gehen auf die Suche und geben da mal Radio ein, kurz bestätigen, suchen, und hier sehen Sie jetzt eine Auswahl an Apps, mit denen Sie über das Internet Radio empfangen können, kann ich Ihnen nur empfehlen, denn die sind immer überregional, die sind international und natürlich auch gerade bei Radio.de und TuneIn Radio, das sind sie, die ich auch gerne benutze, da kann ich auch mal in fremden Ländern schauen, nach der Urlaubsmusik, wenn ich möchte, und kann da die Radiosender live über das Internet dann bei mir auf dem Tablet hören. Hören haben wir gerade auch schon gesehen, wir haben ja auf der Rückseite des Tablets eingebaute Lautsprecher, aber, was ich toll finde, ist, ich habe auch auf der Oberseite noch die Möglichkeit, einen separaten Kopfhörer anzuschließen oder vielleicht sogar ein Soundsystem oder ein Soundsystem über Bluetooth zu verbinden. Das heißt, die Multimedia-Fähigkeiten sind da und zu guter Letzt fehlt mir persönlich eigentlich nur noch eins, Spiele, denn das darf unterwegs auch nicht fehlen, deswegen gehen wir nochmal zurück, einmal im Square-Format, in den Play Store, raus aus den Suchergebnissen, rein zu den Spielen und da gibt es ein Starter-Kit, sehe ich gerade hier, die neuesten Spiele, Fußballspiele, Vorschläge, Wahnsinn, jede Menge Sachen. Was sind denn so die Top-Spiele? FIFA 2015, Star Wars, Subway Surfer und zu jedem Spiel, machen wir das mal auf, könnte ich mir halt Informationen anschauen, da ist sogar ein Video hinterlegt, gucken wir mal. Wollen wir ein bisschen lauter machen. Also da ist jetzt zum Beispiel meine Aufgabe bei dem Spiel, dem Schaffner wegzulaufen, der dann gerade langläuft, oder dem Sicherheitsmann und dann natürlich auch zu schauen, dass ich den Zügen ausweiche. Ich hoffe, das sehen wir jetzt noch. Oh, jetzt geht's los. Das ist jetzt das Spiel, Münzen einsammeln, Zügen ausweichen und vor jedem Fall dem Sicherheitspersonal davon kommen. Und Sie merken, es gibt verschiedene Levels, die Schwierigkeiten sind da, man kann verschiedene andere Sachen noch nutzen. So, bevor ich mich jetzt verzettel, installiere ich das Ganze jetzt mal schnell und ich hoffe, dass ich Ihnen jetzt ein bisschen Appetit gemacht habe auf die Unterhaltungsmöglichkeiten mit Ihrem G-Pad. Ich warte jetzt noch auf den Download und auf die Installation und dann spiele ich auch noch ein bisschen. Ich hoffe, Sie finden im Play Store oder auf Ihrem Computer auch die passende Unterhaltung.